So, Herford Basis. Jetzt haben wir noch einen Termin. Oder auch nicht. Überleg ich mir, ob ich noch zwischen Mute und einem anderen. Na, Def, so ein Mute ist gar nicht mal so schlecht. Ich hab Bandit. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Waren wir nicht gerade schonmal hier? Ja. Die Maps können wir uns nicht aussuchen. Leider. Der Spieltyp. Das Flugzeug bin ich ganz neu. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Also zum Spiellernen ist die halt echt nicht scheiße. Das Flugzeug. Noch 10 Sekunden. Können wir da oben einen Störer drin? 5 Sekunden bis Einsatz. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Im drobenen Störer. So. Jetzt hab ich auf meiner Camp. Die sieht alles und jeden. Deshalb würde ich mir keine Mira holen. Weil die Leute einfach nur kacke sind, was das angeht. Und mit Valkyrie ist auch kacke. Die spotten immer alles. Ohne Pause vor allem. Das bringt ja nix wenn noch keiner da ist. Stopp. Na danke fürs zerstören. Du scheiß Bob. Soll ich ihm aufmachen? Na ja, wenn du kannst. Warte, jetzt muss ich wieder zurück. Ich hab nämlich nichts zum aufmachen. Was war das? Achso, das. Ich dachte, diese Wand meinst du. Die kann ich auch aufmachen glaube ich. Ja, naja, kannst du auch. Ist ok, gehen wir mal rein. Ich bin tot, alter. Was? Wo? Ich hab keine Ahnung. Der war unten an der Treppe? Ja, unten an der Treppe. An der Treppe. Ich ging rein, alter, direkt tot. Ich hab mir direkt Netsch gegeben. So, ein Hund. Das ist dumm, dass ich hab nix zum Aufsprengen. Nimm meinen Hammer. Na ja, würde ich nehmen. Ich könnte. Er trifft ihn ja scheinbar. Was machen deine Pfeile? Sind das für Sprengpfeile? Ich hab ähm, Feuerpfeile und Rauchpfeile. Der ist rechts. Rechts. Und unten. Da rechts im Raum, genau. Rechts im Raum? Ja, mein verbleibender Operator. Sorry, aber rechts war auch einer. Ich hab ihn gesehen. Unten an der Treppe war einer. Links war einer. Und rechts in der Tür. Ah, hab dich da rein geschossen. Wie gesagt, ich hab Rauchpfeile. Also zwei Rauchpfeile und zwei Brandpfeile. Und da brauchst du nur ein paar Sekunden drin stehen. Alter. Was hat er denn, ey? Ernsthaft? Der hat den so oft getroffen und nichts passiert. Ja. Das geht ja auch da drauf, wo wir alle gestorben sind. Ja, siehst du? Der stand auch gerade schon, ne? Der hätte dich reinschießen sollen. Mhm. Dann wär er verbrannt. So was sind auch mal wieder Rauchgranaten gut. Hm. Passiert. Genau. Nämlich Kessel. Ein Kessel. Schade, dass du nur drei Wände hast. Ja, aber die sind... Was sind das eigentlich schon? Die kannst du nicht durchschlagen, ne? Naja, brauchst du Ewigkeit, wenn du das versuchen willst. Und durchschießen auch. Die haben drei Lagen. Quasi müsst ihr so vorstellen. Kannst Sledge das denn kaputt machen? Hä? Kannst Sledge das mit dem Hammer kaputt machen? Ja, oder sprengen. Okay. Es gibt immer irgendwie, aber die Sache ist die, es hat drei Lagen. Drei Schüsse fängt das definitiv ab, auf dieselbe Stelle. Und das hat, wie gesagt, du kannst da ewig durchschießen. Also du brauchst da drei Magazine, bis das Ding gut geht. Oder... Dickes Kaliber. Wärst du wie vorhin. Glass. Sniper. Oder halt alles, was sprengt. Kannst du kaputt machen. Aber du zwingst die Leute dazu, dass die laut werden. Dann weißt du, wo die sind. Wenn einer noch nur Wand hat, wir bräuchten zwei Wände hier. Panzerplatte. Panzerplatte. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Ihr bist auf ihrem Radar. Da draußen. Der steht ja immer noch hinter der Wand. Und einer liegt da. Ich bin in dem anderen Raum. Aber du siehst, wo ich... ...rankiert hab, oder? Weil, er tätete, was der Team-Mail-Doll. Der geht jetzt rein. Ich bin oben. Ich lass dich erstmal warten. Ah, da ist ein Gegner, okay. Ich renne schon mit dem Kollegen hin. Tot. Hätte ich nicht machen sollen. Einfach warten. Wofür rennen wir da hin? Ist doch egal. Ja. Feindliche Drohne geht zum Scannen in Position. Der hat dann aufgemacht. Lade nach. Geld fällt direkt bevor. Ich starte den Timer. Jemand hat dich im Visier. Der Gegner versucht Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Dich hat eine Drohne entdeckt. Der Einfänger des eigenen Trucks verbleibt. Letzter verbleibende Gegner. Die Tür ist zu. Die Hälter beschützen. Die Große. Da. No chance. No chance. Hat sich zumindest die Kesselbarrikade links geräumt. Die wollten da nicht durchkommen. Ich bin der letzte Mann, alter. Last man standing. Report. Vor was reporten? Report vor Bastard, alles klar. Bundes, was auch immer. Erstmal nicht förderliches Verhalten. Reportet. Ich hab ihn reportet, alter. Ich hab ihn auch reportet, alter. Ich hab ihn reportet, alter. Ja, das ist die Community. Vor allem, ich hab einfach nur ein Smiley geschickt. Er ist happy, weil ich die Wahrheit gesagt hab. Ich bin echt cool, alter. Richtig der Lappen, ey. Ohne, wer tot. Du hast ihn gekillt, mehr muss man nicht wissen. Also auf jeden Fall an der Treppe ist schon mal ne Giftmine ganz unten. Da kannst du unsicht, unsichtbar ist die. Da musst du schon genau hingucken, damit du sie siehst. Position ist die Uniform, das muss der F drücken. Um das den, die Nadel rauszuziehen, sonst machst du immer acht Schaden pro Sekunde. Vor allem der Headshot, der war übel nice, alter. Ja, das war nice. Ich hab ihn so knapp, also ich hab gesehen, dass er da war, deswegen hab ich einfach noch... Ich wurde entdeckt. Ach, hier ist die Mode Kamera, alter. Ich hab aber keine Ahnung wo. Ja, ich wieder spiel schon so lange. Ich nehm nächstes mal IQ, dann weiß ich, wo die Kamera ist. Ich glaub da vorne, da ist sie. Zack. Hast du den gefunden? Ja, die ist weg. Haben wir den gefunden? Haben wir nicht. Der ist im Keller auf jeden Fall. Ja. Was ist denn jetzt? Genau, ja. Da ist auf jeden Fall einer. Ich geh mit meiner Drohne rein. Deaktivieren die Elektronik. Ich hab ihn abgelenkt, dass er ihn killen konnte. Lol. Der hat auf meine Drohne geschossen und der Kollege hat ihn umgebracht. So muss das. Teamwork. Sprengladung wird angebracht. Gerichte werden ausgeschaltet. Die sind so scheiße. Also vom Charakter her scheiße. Sprengladung ist aktiviert. Ich mein hier rechts war noch einer. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ja unten, wenn du nach unten gehst, links und dann die rechte Tür, da ist einer. Ja, ja. Ich lass meine Kollegen vor. Ich mach mal. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Die Drohne ist leer. Jetzt sieht keiner mehr da durch. Da hinten ist einer. Rückwärts kann er nicht mehr. Da unten in der Mitte. Genau. Einer hab ich gekriegt. Einer hab ich nicht. Einer hab ich nicht. Einer hab ich nicht. Der hat dich auch die ganze Zeit da gepflegt. Der hat schon übelst von mir gefressen gehabt. Also rückwärts kann ich nicht. Der links ist einfach in die Tür reingerannt, Alter. Richtig. Der hat uns einfach gerusht, Junge. Ich kämpfe von da runter, gucke um die Ecke und der kommt auf mich zu gerannt, Alter. So muss das. Schön dat 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 dat. Hat er dat 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 gemacht, ja? Hat er dat 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 gemacht. Hat er dat 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 gemacht, ja. Da da da. Okay. Crazy. Funktioniert auch. Funktioniert. Ich hab zwar null Kills. Ja, doch. Einen ist es deswegen. Ich hab schon drei Kills, Alter. Was ist los mit mir? Ja, du hast ja den gekillt, der mich hätte killen wollen. Ich hab ja auch wahrscheinlich verstorben. Weil ich weggerannt bin. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Gehälter schützen. Voll daneben geschossen. Können die da herkommen oder da her? Ich würde unsere Fenster komplett dicht machen. Die großen Fenster. So, dass die nur rein sprengen können. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Und die Fenster sind maximal dicht. Was war das denn? Idiot. Nein, falsch. Das ist die Leute. Ist man von euch aufgeschossen, Alter? Ne. Feindlicher Scan steht an. Ich starte die Uhr. Du darfst dich nicht bewegen, wenn das kommt übrigens. Weil da vorne bin ich in dem Raum da. Da wurde aufgemacht. Okay, dann reicht das nicht. Okay, da macht jetzt einer von uns auf. Feindlicher Scan steht bevor. Timer wird gestartet. Ich habe irgendwas... Oh, ich habe ein Teamgerät kaputt gemacht. Ja, da haben die aufgemacht. Einer Treppe. Ich habe da wieder zugemacht, den Raum. Fuck it, Alter. Er klettert über den scheiß Tisch, anstatt hochzugehen. Einer Treppe. Das ist lecker. Wie viele Schüsse brauchst du denn, Kea? Verdammte Pisse. Die haben ihre Versuche, gegen die Älter zu sichern, eingestellt. Ey, das ist scheiß Gewehr, ey. Ja, mein Charakter ist auf den Tisch geklettert, Alter. Gut gemacht. Ach, der hat sich so gekillt, ey. Ich spiele ohne Schild, Alter. Ich spiele mit AK. Ist er zwölf? Random. Da ist der Fuse. Hast du den gekauft? Ne, den habe ich schon gehabt am Anfang. Der ist super. Aber ich habe ihn jetzt ohne Schild genommen. Mit AK genommen. Ja, natürlich ohne Schild. Den würde ich nie mit Schild nehmen. Ich glaube, der hat einen LMG und einen AK hat er. Und beides gut. Ja, die AK. Ich finde, die habe ich so ganz gut. Der AK zieht, zückt ganz gut hoch. Ja, aber die macht doch guten Damage. Das ist nicht klar, ne? In welchem Spiel zieht die AK nicht hoch, Alter? Ich spiele mit dem LMG. Wenn er was ist, dann schieße ich mal durch die Wand. Das ist der ganze Magazin, der ist. Ach, Fehler doch mal. Die finden meine Drohne. Die kriegen meine Drohne nicht, Alter. So. Nein! Standort des Bio-Gefahrgunds, der Helder-Ton-Kant. Angriffserlaubt ist erteilt. Ah, guck mich einer vor. Kann auch sein, dass die am Anfang mal die Fenster aufmachen und rausschießen. Das kann auch sein. Alles klar. Erst an der Treppe auf jeden Fall. Ohne Einsatzbereit. Die Geräte werden ausgeschaltet. Die Kamera sieht uns oben. Jetzt nicht mehr. Unter dir, direkt unter dir ist einer. Ich merke schon, der macht auf hier. Also hier ist ein Dropper, hier könnten wir rein, wenn du was zum Sprengen hast. Und du kannst auch durchfusen. Wo? Hier zum Beispiel. Ich weiß nicht wo die sind, aber da kannst du aufsprengen oder durchfusen. Ist da irgendwas getroffen? Ne, nur Streu. Dann ist da unten niemand. Ne, da ist niemand unten. Also sind die ganz unten, dann müssen die da hinten oder hier sein. Da hinten, da. In dem Raum da war einer. Hinter dir ist. In dem Raum war einer. Den habe ich vorhin mit meiner Drohne gespottet. Ich wurde entdeckt. Hier ist einer tot. Ich glaube der ist tot, der Kerl. Wir haben noch 50 Sekunden. Wir haben gar nicht mehr ewig viel Zeit. Ich gehe runter. Brennen. Ha! Verbrannt. Da ist noch einer. Ich weiß nur was ich geschossen habe. Habe ich mit meinem Brandfall geschossen? Weiß ich nicht. Jo, habe ich. Ich stürme gleich total vor. Wir haben nämlich noch 10 Sekunden. Das ist vollkommen egal. Ich habe nichts mehr hoch. Ich sehe echt, wer fliegt. Shit! Der hinten. Von hinten. Der ist unter der Treppe. Der hat sich versteckt. Es bleiben noch 5 Sekunden. Hey, unter der Treppe? Ja. Wie kann er denn unter der Treppe? Direkt links unter der Treppe. Wenn du quasi denkst, es geht noch ein... Eine... Tiefer. ... doctor, der typ hat echt mentale probleme ein deutscher volksverräter